Neue Tondatei bringt Bushido in Bedrängnis. Audio-Forensiker gibt Update. Halt deine dreckige Fressung, rede nicht so viel. Wir haben ja eine Stunde Audioaufnahme gehört im Gerichtssaal. Da war ja alles überhaupt nicht, was Bushido gesagt hat. Genau das Gegenteil war der Fall. Eigentlich könnte man das Gericht pausieren, warten, bis der Forensiker was sagt. Der sich schon jetzt über zwei Jahre ziehende Prozess wird also noch länger gehen. Bis wann, ist aber noch offen. Jetzt gucken wir uns unseren ziemlich coolen Anwalt. Hör mal, das ist ein ziemlich cooler Anwalt hier. Neue Tondatei bringt Bushido in Bedrängnis. Audio-Forensiker gibt Update. Yo, Audio-Forensiker. Ey Leute, die Datei, die damals vom Stern entdeckt wurde, beziehungsweise veröffentlicht wurde, ist bis heute noch nicht geprüft, geprüft, geprüft. Also, Yannick Sauer war von Watson für uns am Start. Nach 92 Verhandlungstagen. Und Leute, wir schaffen die 100. Nach 92 Verhandlungstagen ist im Gerichtsstreit zwischen Bushido und seinem Ex-Manager Arafat fast alles gesagt. Die Vernehmung zahlreicher Zeugen ist abgeschlossen. Jetzt sind es vor allem Audiodateien, die gehört werden. So auch beim jüngsten Prozess am Freitag am Berliner Amtsgericht Tiergarten. Sollten sie sich die neuen Aufzeichnungen als echt herausstellen, könnten sie für Bushido sehr heikel werden. Es gibt für ihn aber auch einen Hoffnungsschimmer. Denn Richter Martin Mosk am Ende der Verhandlung offenbarte, Verteidigung wittert Lücken in Bushidos Argumentation. Oh, das wittern wir seit Jahren. Aber, halt deine dreckige Fressung, rede nicht zu viel. Zunächst einmal führten aber die Anwältinnen von Arafat und seinem drei mit angeklagten Brüder Yasser, Nasser und Rommel zwei weitere Tonspuren als Beweismittel an, die den Abwesenden Bushido der Lüge bezichtigen sollen. Aber man muss jetzt zur Entschuldigung von Bushido sagen, er ist abwesend, weil er muss mit Rosberg ein Lügcast aufnehmen. Ein sogenannter Lügcast. Sexcast mit seiner Frau hat er, den Urologencast hat er. Jetzt kommt ein sogenannter, in Fachkreisen, Lügariuscast. Das ist Latein für einen Podcast, der basierend auf Lügarien, ein Laien. Die werden in diesem Podcast Laien, wie ein Löwe. Laien. Egal, schau's drauf. Das wäre genauso lustig wie sein Scheißprozess. So. Löwen-Podcast. Die Aufnahmen stammen vom Dezember 2017 und März 2018 und wurden von Arafat versteckt bei Gesprächen mit Bushido angefertigt. Ja, also wie immer hat Arafat irgendwas mitgeschnitten, was jetzt wahrscheinlich wieder zum Nachteil ist von Anna-Marias Ehemann. Den Cockcast. In den ersten Tonaufnahmen, den Kackholdcast, in den ersten Tonaufnahmen, die wie auch die folgenden nicht im Saal abgespielt wurden, sondern von dem Verteidiger verschriftlich vorgelesen wurden, sprechen der Rapper und sein damaliger Manager und besser Freund über die Verschiebung von Bushidos Black Friday Tour. Es sei nicht genug Tickets verkauft worden, erklärte Arafat darin. Die Verschiebung sei deswegen auch oder deshalb auch in Bushidos Interesse. Schließlich wolle er ja nicht in halbleeren Hallen spielen. So viel zu, wenn ihr euch erinnert, seine Schulter tut weh oder er hatte Rückenschmerzen. Und so viel zu, wenn er auf Tour geht, ist mies was los. Oh, es wurden nicht so viele Tickets verkauft. Lüg, ein Lügcast. Das Gespräch soll im Dezember 2017 stattgefunden haben. Also rund einen Monat vor dem 18. Januar 2018, an dem sich der vermehrtliche Straftat der Abou-Chakas gegen Bushido ereignet haben soll. Also ihr wisst, 18. Januar 2018, kann man sich merken, Schnapssal ist diese Eric Lee Gate gewesen, angeblich. Die Verteidigerinnen der Abou-Chakas führen die Aufnahme nun als Beweismittel an, um zu zeigen, dass Bushido bei seiner Aussage gelogen hat. Naja, wie so oft wahrscheinlich. Als dieser Jungs vor Gericht nämlich mit jener Tonspur konfrontiert wurde, die das Treffen im Januar 2018 aufgezeichnet haben soll und die Aussagen des Rappers zu den angeblichen Übergriffen scheinbar widerlegt, hatte Bushido wie folgt argumentiert. Die Tonspur müsse von einem anderen Treffen stammen, hat er damals gesagt. Schließlich sei auf ihr zu hören, dass die Absage der Tour thematisiert wurde. Dies sei aber im Januar 2018 längst beschlossen gewesen. Das sehen die Anwältinnen der Abou-Chakas mit der neuen Audiodatei widerlegt. Denn dieser zeigt, dass noch einen Monat zuvor die Verschiebung der Tour erstmal noch diskutiert wurde, woher das Thema Tourabsage im Januar 2018 durchaus aktuell gewesen sein dürfte. Also, ist ein bisschen kompliziert, aber ich denke, ihr versteht das. Also ich bringe euch mal, ich hole euch mal ab. Als diese Tonspur, diese lange Tonspur, diese eine Stunde noch was geht, vom 2018, 18. Januar 2018, dieser Abend, dieser angebliche Abend, Erik lief die Flasche, dies, das bedroht, ich amse deine Eltern, ich amse deine Mutter. Wir haben ja eine Stunde Audioaufnahme gehört im Gerichtssaal. Da war ja alles überhaupt nicht, was Bushido gesagt hat. Genau das Gegenteil war der Fall. So. Dann hat der Bushido aber als Verteidigung, hat er damals gesagt, aber die Audioaufnahme ist nicht von dem Tag. Die werden, die sind zusammengeschustert. Die sind verfälscht, zusammengeschustert. Das müssen Aufnahmen sein von anderen Tagen. Das war klar, dass er das sagen wird. Ist ja einer der, also, ist die einzige Möglichkeit, die ihm bleibt, habe ich mir damals gedacht. Also müssen wir darauf warten, was der Forensiker sagt. Eigentlich, meiner Meinung nach, könnte man das Gericht pausieren, warten, bis der Forensiker was sagt. Denn wenn der Forensiker sagt, die Audioaufnahme ist echt, dann müssen wir nicht weiterreden. Dann müssen wir nicht weiter philosophieren, reden, raten, gar nichts. Dann ist das Ding durch. So. Aber irgendwie machen die trotzdem weiter. Und jetzt wird wieder rumgeeiert, ist das jetzt real, ist das nicht real. Jetzt ist das Thema, Bushido hatte an dem Tag, wo die Audioaufnahmen abgespielt wurden, gesagt, das kann gar nicht sein. Guck mal, hier reden wir gerade über Tourer, das war aber schon und bla. Jetzt haben die eine andere Aufnahme, die beweist, dass das, was er da gesagt hat, auf jeden Fall sich widerspricht. Okay. Ich hoffe, ihr seid jetzt im Thema. Auch die zweite Audiodatei, die die Verteidigung am Freitag ins Feld geführt hat, soll eine Lüge des Rappers entlarven. Es gibt also zwei Audiodateien. Die eine ging um die Tour. Jetzt geht es um eine zweite, die soll auch den Busnight beim Lügen erwischt haben. Und zwar, sie soll vom März 2018 stammen, also zwei Monate nach dem angeblichen Straftat, und wieder ein Gespräch zwischen Bushido und Arafat abbilden, indem sich die beiden über Steuerfragen zu ihrer Abfindungsvereinbarung austauschen. Also angeblich zwei Monate nachdem, der ihn bedroht, geschlagen mit Erik Kliefler, treffen die sich und reden nochmal über Sachen. Kann eigentlich auch nicht sein, weil ist das, warte mal, erinnere ich mich richtig, dass der Bushido gesagt hat, dass er danach den nicht mehr getroffen hat? Dass das danach so ein Bruch war, die sich nicht mehr getroffen haben? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Okay, neue Tonschule stellt Bedrohungslage durch Arafat infrage. Okay, nachdem er die Verschriftlichung der Aufnahme im Gerichtssaal verlesen hatte, wies Abou-Chaker-Verteidiger Michael Martens darauf hin, dass Bushido hier auf Augenhöhe auftrete. Ah, aus einer gleichberechtigten Position und nicht Opfer äußeren Druckes, erklärte der Rechtsanwalt. Also es muss klar sein, ich habe die beiden Audioaufnahmen nicht gehört, auch die Verschriftlichung nicht gelesen, war auch nicht vor Gericht. Aber der Anwalt sagt, also zwei Monate nachdem er angeblich bedroht geschlagen und so weiter wurde, reden die hier auf Augenhöhe miteinander. Das kann ja irgendwie nicht sein. Wo ist denn hier die Bedrohungslage, die angebliche? Sie ist zu drei Jahren, er hasse nicht gesehen, LKA-Schutz gefordert wurde. Lügkast! Halt deine dreckige Fresse und rede nicht zu viel. Das widerspreche aber Bushidos Aussage nach dem Gespräch am 18. Januar 2018 von Arafat Abou-Chaker massiv bedroht und eingeschüchtert worden zu sein. Bushidos Anwalt, ziemlich cooler Anwalt, Steffen Jobmaster und die Staatsanwaltschaft wollen die neuen Beweisanträge nun erst sichten, bevor sie sich dazu äußern. Am Ende der Verhandlung wartete Richter Martin Mosk noch mit zwei Neuigkeiten auf. Zum einen sei die für den 12. April 2023 angesetzten Urteilsverkündung aufgehoben. Ach nee, wirklich? Haben wir nicht erwartet. Okay. Der sich schon jetzt über zwei Jahre ziehende Prozess wird also noch länger gehen. Bis wann? Er ist aber noch offen. Zum anderen, dann kündete der Richter ein erstes Update zu der Tonspur, die vom 18. Januar 2018 stammen soll und Bushidos Vorwürfe scheinbar entkräftet. Der Audioforensiker, der die Datei analysiert habe, die Datei analysiert habe Auffälligkeiten, aber noch keine Beweise für eine Manipulation entdeckt, sagte Martin Mosk. Ah, unter anderem würde die Metadaten zum Aufnahmedatum fehlen, was ungewöhnlich sei. Mit dem endgültigen Ergebnis aber rechnet das Gericht dann Mitte März. Am 13. März geht der Prozess weiter. Also es könnte sein, dass wir in circa vier Wochen am 13. März, also nochmal, oh Gott, Alter, dann nochmal vielleicht genaueres über die Audioaufnahme wissen und dann auch wissen, wie es weitergeht. Also die Metadaten haben gefehlt, das wäre ungewöhnlich. Okay, bin ich mal gespannt. Bin ich gespannt, ob das Ding sich irgendwie noch so wendet. Barisch Batzen schreibt im Chat nochmal etwas, was ich jetzt auch verpeilt habe. Stimmt, der Prozess darf eigentlich nicht länger als zwei Wochen pausiert werden, denn dann müsste sonst alles neu aufgerollt werden. Ja, aber am 13. März geht das weiter, das wäre noch länger als zwei Wochen. Ah, nee, Quatsch, wir sind ja im Februar. Ja, ja, klar, nee, doch, dann ist es ja weniger. Wie weniger. 97 Tage ausgelegt, diese wurde jetzt aufgehoben. Wir kommen also safe auf die 100. Wir können schon was Spezielles überlegen. Der Adam sagt, sollen wir ein Fantreffen vor Gericht machen bei den 100? Sollen wir 100 Prozesstage Marathon-Zusammenfassung machen? Sollen wir T-Shirts machen mit 100 Gerichtstage-Busnitsch? Sollen wir ein Theaterstück schreiben, basierend auf diesem Prozess? Aber so ein bisschen so dramatisiert. Ich habe diese Tondatei nicht aufgenommen. Augenblick! Die Verteidigung tagt. Busnitsch. So ein total verrücktes Theaterspiel. Ich bin ein ziemlich cooler Anwalt. Herr Richter, jawohl, ich höre Sie. Aha, Sie sind wohl ein ziemlich cooler Anwalt. Dann ein Chor von hinten. Sie sind wohl ein ziemlich cooler Anwalt. Aha, ich höre Sie. Eine Pause, wird gebeten. Nein. Ah. Einspruch. Stattgegeben. Haha. So ein, so ein, äh, so ein Simpsons-mäßiges Mr. Seuss. Mhm. Nach diesem Unfall, kann mein Mandant denn eventuell das Klavier wieder spielen? Yes, of course. Yeah, but I couldn't before. Ja, der reimt sich nicht, aber so ein Ding wäre geil. Ja, das wird schön. Dann heartbreaking. Amherst du auflösen.